Wenn wir einen Blick hier in die Editor-Ansicht und speziell die Zentralperspektive werfen, dann fallen hier einige Elemente auf, die wir uns jetzt genauer anschauen wollen, wie zum Beispiel dieses sogenannte Welt-Raster, dessen Rasterweite wir hier unten rechts immer ablesen können und die sich verändert, je nachdem welchen Blickwinkel wir haben und welche Entfernung wir einnehmen zu diesem Raster. Wenn wir jetzt uns weiter einmal in diesem 3D-Raum umschauen, dann erkennen wir hier weitere Elemente, wie zum Beispiel diese farbigen Achsen hier. Dabei handelt es sich um das sogenannte Weltachsensystem. Das spannt drei verschiedene Richtungen auf, deswegen sehen wir auch hier drei verschiedene Farben. Es gibt einmal eine X-Richtung, die ist in Rot gehalten, es gibt eine Z-Richtung in Blau und eine Y-Richtung, die ist hier durch die grüne Pfeilspitze angedeutet. Und die stehen jeweils in einem rechten Winkel aufeinander. Sie sehen, das ist ein sogenanntes kathesisches rechtwinkliges Achsensystem. Und das wiederholt sich noch einmal hier unten links in der Ecke, diesmal jedoch dann mit den gerade schon erwähnten Kürzeln für die Richtungen. Das entspricht so ein bisschen der Breite und Höhe. Zum Beispiel in Grafikprogrammen, wenn man da Pixel anordnet, hat man ja eine X- und eine Y- oder Höhe- und Breiteabmessung. Und das würde jetzt hier zum Beispiel diesen roten und grünen Achsrichtungen entspricht. Nur wir bewegen uns ja hier im dreidimensionalen Raum, deswegen gibt es eben noch eine dritte Achse dazu. Und das ist in dem Fall die Z-Achse, die hier räumlich nach hinten läuft. Diese Achsen laufen in einem Punkt zusammen. Dort treffen sie sich. Das ist praktisch der Ursprung, der Mittelpunkt, wenn Sie so wollen, des gesamten 3D-Raums. Mittelpunkt deswegen, weil wir es hier ja auch mit Koordinaten zu tun haben. Das bedeutet, wir können später natürlich einfach so nach Auge Objekte in diesen 3D-Raum hineinstellen, aber wir können das Ganze auch numerisch exakt machen. Das heißt, wir können Zahlenwerte verwenden, um zum Beispiel zu sagen, ich möchte ein Objekt genau 30 Zentimeter neben ein anderes stellen. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass wir einen festen Bezugspunkt im Raum haben. Und das ist genau diese Stelle, wo diese drei Achsen sich treffen, eben dieser Weltursprung. Das ist nämlich die absolute Koordinate 0, 0, 0. Also 0 für x, 0 für y und 0 für z. Und daran erkennen Sie vielleicht schon, dass das Ganze positiv wie auch negativ läuft. Das heißt, ich kann Objekte nicht nur entlang der positiven z-Richtung, die jetzt hier durch diese blaue Pfeilspitze angedeutet ist, platzieren, sondern natürlich auch auf der gegenüberliegenden Seite, also auf einer negativen Koordinate. Genauso hier könnte ich nach links natürlich Objekte verschieben. Dann wäre ich in dem negativen Bereich der x-Achse. Oder wenn ich es nach unten verschiebe, werde ich im negativen y-Bereich. Es ist also hier nicht wirklich eine harte Grenze, sondern es ist einfach nur ein Koordinatenpunkt, der mir die Mitte des Raums definiert. Wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Ferne schauen, dann fällt hier noch eine Linie auf. Das ist der sogenannte Horizont. Der Horizont ist so ein bisschen ein Begriff, den wir natürlich aus der realen Welt auch kennen, der dabei etwas anders besetzt ist. Hier ist es so, dass der Horizont immer die Linie ist, auf der sich die Fluchtpunkte befinden, die auf der gleichen Höhe liegen wie hier in dem Fall die x- und z-Ebene, weil ich kann auch problemlos eine Ebene zwischen zwei Vektoren aufziehen. Das ist genau das, was wir hier als Weltraster sehen. Und wenn Sie jetzt einmal hier diese Linien, die in der y- oder x-z-Ebene laufen, wenn Sie die mal weiter verfolgen, also hier im Prinzip die Linien, die in z-Richtung nach hinten weglaufen, dann sehen Sie durch die perspektivische Verzerrung, dass natürlich Objekte, die näher an uns herangeführt werden, größer erscheinen als solche, die weiter weg sind. Das heißt, obwohl wir es hier mit einer Rasterweite von 10 Metern zu tun haben, wenn wir das mal aus Zentimetern umrechnen, also von diesem Punkt zu diesen 10 Meter liegen und diese Distanz ist natürlich hier hinten genauso groß, dann sehen Sie, dass diese 10 Meter hier größer erscheinen als hier hinten. Das heißt, diese beiden an sich parallelen Linien laufen perspektivisch aufeinander zu. Und wenn man das immer weiter verlängern würde, dann würden sich die Linien sogar optisch irgendwann treffen und dieses sich treffen, das nennt man Fluchtpunkt. Und diese Fluchtpunkte, die können Sie jetzt hier für alle möglichen Linien bilden, die parallel zueinander laufen. Das ist dann nämlich immer der gleiche Punkt, eben dieser Fluchtpunkt und der liegt automatisch auf dem Horizont. Daraus ergibt sich im Prinzip die Lage des Horizonts. Was können wir noch ablesen aus dem Horizont? Und natürlich die Blickrichtung, die wir gerade haben. Wenn ich eher nach unten gucke, dann wandert dadurch automatisch der Horizont nach oben. Wogegen, wenn ich eher nach oben gucke, Sie sehen das hier, dann ist der Horizont weiter unten. Das ist ja im normalen Leben auch so. Wenn ich in den Himmel gucke, dann ist im Prinzip der Übergang zwischen Himmel und einem Feld weiter unten in meinem Gesichtsfeld. Oder wenn ich auf einem Hochhaus stehe und nach unten gucke, dann sehe ich im Prinzip aus dem Augenwinkel vielleicht an einer relativen Höhe den Horizont verlaufen. Das heißt, allein an diesem Verlauf der Linie können Sie schon sehr viel ablesen, was Ihre Blickrichtung angeht, ob Sie eher nach oben oder nach unten gucken. Daran erkennen Sie vielleicht auch bereits, dass wenn ich jetzt hier etwas mal nach unten marschiere durch das Halten der Taste 1 und Ziehen mit der linken Maustaste, dass ich natürlich auch problemlos unter diesem virtuellen Boden des Weltrasters stehen kann und auch hier nach oben oder unten schauen kann. Also wir sind im Prinzip sehr frei in unserer Platzierung im 3D-Raum und deswegen helfen uns diese Elemente ein bisschen dabei abzuschätzen, wo stehe ich denn überhaupt gerade, wo bin ich. Das heißt, wenn ich dieses Achsensystem sehe, dann weiß ich einfach, das ist die Mitte des 3D-Raums. Dann habe ich ein bisschen einen Bezug zu der ganzen Dreidimensionalität. Und ich habe hier eben diese Horizontlinie, an der ich ein bisschen ablesen kann, wie mein Kopf geneigt ist und wohin ich gerade schaue. Denn wir haben ja schon gesehen, dass man mit der rechten Maustaste auch praktisch die Kamera hin und her neigen kann, beziehungsweise den Kopf nach links und rechts neigen kann und dadurch auch Verläufe bekommt des Horizontes, die eben nicht horizontal laufen. Das wären so die Standard-Elemente, die wir hier im Editor-Fenster, in so einem Ansichtsfenster sehen können. Die müssen aber nicht zwingend da sein, denn wir haben, wenn Sie hier oben mal hinschauen, ein Filtermenü. Es kann nämlich durchaus sein, dass Sie, wenn Sie hier mit Objekten arbeiten, sagen, mich stören diese Linien oder ich möchte den Horizont nicht sehen oder ich möchte dieses Achsensystem mal kurz wegblenden. Das ist problemlos möglich, deswegen gibt es dieses Filtermenü. Und Sie sehen, es ist eine relativ lange Liste von Objekttypen und Informationsquellen für uns im Editor, die wir aber problemlos auch wegklicken können, wie zum Beispiel dieses Weltraste, über das wir gerade schon gesprochen haben. Das heißt, wenn Sie das nicht sehen wollen, dann klicken Sie hier auf Weltraste und sehen, dann sind diese Linien hier eben weg. Oder Sie sagen, der Horizont interessiert mich nicht oder die Weltachse interessiert Sie nicht. Dann haben Sie natürlich optisch erst einmal überhaupt keinen Bezug mehr. Wohin gucke ich denn gerade? Wo bin ich denn gerade? Aber es kann durchaus dann und wann mal hilfreich sein, sich einzelne dieser Elemente wegzublenden. Genauso lassen die sich natürlich hier auch wieder einblenden, entweder schrittweise oder Sie gehen hier oben auf diese Kategorien, wo Sie sagen, Sie möchten entweder gar nichts sehen oder alles wieder sehen. Genauso ist es auch möglich, falls Sie sich mal praktisch optisch verflogen haben. Sie schauen irgendwo hin und wissen gar nicht, wohin gucke ich denn gerade? Wo bin ich gerade? Dann haben Sie hier ein Ansichtsmenü, wo Sie jederzeit wieder auf die sogenannte Standardansicht zurückschalten können. Das bedeutet nichts anderes, als dass Sie das Achsensystem, das Weltachsensystem wieder in die Bildmitte bekommen und diesen standardmäßig 45 Grad schrägen Blick ungefähr nach unten haben. Das heißt, Sie haben dann wieder das Achsensystem in der Mitte und es ist insofern leichter, sich wieder zu orientieren. Also über das Filtermenü die Möglichkeit, die einzelnen Elemente ein- und auszublenden und über das Ansichtsmenü und hier die Standardansicht jederzeit die Option, zu dieser Standardblickrichtung mit dem Achsensystem in der Mitte zurückzukehren. Und das ist natürlich ein ganzes Bild.